ich sehe ich gerade habe ich gar nicht gesehen hier bei mir im check nicht angekommen dass er geschrieben hat ich habe die ganze zeit die probleme dass keine leute enden konnte und endlich konnte ich es reden bei den manchen accounts ist in fordner kindersicherung ich muss jetzt zum beispiel den pin eingeben wenn ich leute adden will krampf ohne ende außer dein bruder der hat das wahrscheinlich wieder nicht wohl nee er hat es nicht warum habe ich es keine ahnung ist doch immer so der disco hat du nicht ich meine wenn ich jetzt in die kindersicherung reingehe da kann ich zum beispiel richtig geiles zeug einstellen kann ausstößige sprachen kann ich ausmachen epic freunde hinzufügen wöchentliche spiel zeigt dass es auf jeden fall aus und text ich habe eigentlich alles an außer das mit der richtigen spielzeit oh mein gott kann ich die kindersicherung auch ausschalten das weiß ich nicht gerade viele ich habe vorhin auch mal wieder mit einer alten freundin gezockt ich hab sie glaube ich 20 oder 30 rockland gespielt hatte immer 20 kez plus demnächst auf jeden fall ja das sind immer zwei oder drei wochen und der immer verzögerung mark gebrächt mehr hilfe ja immer ich ne immer ich immer ich der eine hat kein schiff mehr mark kannst du mich versuchen kannst du mir versuchen ich habe einen stehenden baum die sollen der bestehen enrico wir wissen nicht ob das so krass leicht geht sind wir jetzt wieder nicht ich mag ich habe einen todschild wir können einer tot ich liebe es eng versackt komplett ich liebe sie manche ins würde ich sollte einer tot ich hab den typen verloren ich glaube eher nicht 207 den hat er gemerkt mag ich glaube der hat jetzt kopfschmerzen er ist doch mal erleben darf hallo leute hier ist der mc rossi fanshop hier gibt es vieles von euren lieblingsstreamer und content creator t shirts turnbeutel hoodies und vieles vieles mehr geht auf den link in der video beschreibung und holt euch eure produkte hier gibt es jede menge schaut es euch an und kauft fleißig ein mc rossi shop alles was ihr braucht so